Ich finde es noch viel lustiger, wie wir uns wirklich kennengelernt haben. Auf der Mauer. Sie saß auf der Mauer? Sie saß auf der Mauer, wo ich sie wahrgenommen habe. Ich war zu einem Festo, zu einer Veranstaltung. Und am Ende hat sie sich ein Foto gewünscht, wie heute ja viele machen. Also ein Selfie. Und ich frage sie dann um ihre Nummer. Machen Sie das bei jeder Frau, die mit ihr ein Foto macht? Nein, nein. Ich bin ein sehr schüchterner Mensch. Das glauben die Leute zwar nicht. Das habe ich nur bei Dian gemacht. Und sie sagt dann, ich gebe dir meine Nummer. Und ich sage, ich gebe ihr mein Handy und sage, bitte eintippen, weil ich kann das nicht. Ja. Da haben Sie sich gedacht, Wahnsinn, das ist der Mann, den ich immer schon gesucht habe. Der null Ahnung hat von Technik. Ich habe nur gedacht, hoffentlich schafft er es auch, diese Nummer anzunehmen. Das war ja dann so die Sorge. Aber am nächsten Tag klingelt man mich. Aber am nächsten Tag haben Sie schon angerufen. Ja, ja, ja.